wäre es nicht cool dass man angreifer anstatt einfach nur ab zu blocken einfach die verbindung von denen mal akzeptiert die in einen sogenannten honigtopf zu werfen verbindungen festzuhalten verbindungen aufzunehmen und einfach mal so versucht so viele möglichen daten und informationen zu sammeln von dem angreifer ich würde sagen herzlich willkommen sozusagen im teapot ich glaube die telekom oder irgendwas hängt da irgendwie hinter spielt auch keine rolle die farbe sagt es halt eben alles schon und genau das haben wir hier der teapot ist ein wunderbares cooles tun um ganz 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 viele honigtöpfe ich sag's extra mal auf deutsch honigtöpfe multi honeypot plattform zur verfügung zu stellen um gerade angreifer einfach mal in einem honigtopf festzuhalten bisschen theorie gehört dazu deswegen ich habe mal ganz schnell einfach mal auf wikipedia honeypot eingegeben da steht auch alles und es ist auch muss ich sagen sehr ausführlich beschrieben einfach mal in meinen eigenen schwafel worten was ein honigtopf ist im endeffekt also ihr müsst euch vorstellen die angreifer ich hatte ja gerade eben schon diese tolle liste hier auf die angreifer kommen ja irgendwie zu deiner ip-adresse und sehen sport 25 offen e mail ganz toll oder was wird jetzt hier hat gesehen ssh ssh lasst uns mal versuchen brutforce attacken zu machen und so weiter wäre es nicht toll die verbindung einfach anzunehmen diese verbindung zu sagen die verbindung ist offen und er hält erst mal den angreifer fest so dass der angreifer vielleicht keine weiteren verbindungen aufbaut weil er ja gerade denkt er hat er ja irgendwas gefunden und dann bekommt er eine kommandozeile eine ssh kommandozeile angezeichnet und kann befehle abgeben wo einfach nichts passiert sondern wo einfach nur ein kleines töpfchen ist wo ssh verbindungen drin sind die einfach nur absoluter fähig sind und das zum beispiel ist auch ein honig buchen man sagt also guck mal mein offener ssh server kommen rein kollege und während der reinkommt gucke ich mir auch die ip-adresse von dem an versucht so alles mögliche an informationen von dem abzufangen und halt ihm halt eben auch ganz normal fest in meinem in meinem meinem töpfchen im endeffekt also ich log ihn quasi an und das ist im endeffekt auch das was hier steht es ist ein schein ziel also ein möchte gern ssh server und genau das verbirgt sich jetzt halt eben auch in diesem typo drin und da in den die portiert nicht nur ein honigtopf drin ist sondern irgendwo steht das ist eine lange liste hier gibt es ganz ganz viele honigtöpfe die sich darin verbergen deswegen ist halt eine multi nennt sich das multi honeypot plattform und da verbergen sich halt eben wirklich diese ganzen honigtöpfe drin wie wichtig noch wenn ihr das ganze machen wollte es ist kostenlos zeige ich euch gleich wie das geht könnt ihr selber hosten ist überhaupt kein problem tut dafür sogar noch was gut ist denn dieses ding telefoniert nämlich nach hause zur telekom und meldet diese ganzen informationen die ihr mit eurem system sammelt einfach auch nach hause zeige ich euch aber gleich dann installation das ganz ganz einfach aber lasst uns erstmal sehen was das ding natürlich an informationen bringt also das hier ist erstmal die world map dashboard da seht ihr wirklich live unten seht das im endeffekt von welcher ip-adresse ich irgendwelche attacken bekomme auf welchen honeypot die schlagen dafür muss ich mal ganz kurz mein bild hier ausschalten kamera so jetzt seht ihr rechts unten hier unten seht ihr jetzt woher es kommt und auf welchen honigtopf auf welchem honeypot das ganze die anfrage landet und im endeffekt was für ein service ist hier unten zum beispiel ssh smb muss man genau hingucken ist ein bisschen klein und ihr seht natürlich aus welchem land das ganze kommt also diese map ist erstmal schön interaktiv das sind auch echt alles ganz normale echte verbindungen die hier bei mir gerade eben zu hause anschlagen auf meiner zweiten internetleitung und das ist echt schön zuzusehen aber die frage ist was mache ich aus den daten lasst uns einfach mal vorne ganz normal anfangen wenn ihr euch so ein teapot bei euch zu hause in proxmox oder auf dem hetzner cloud server oder sonst wo ausrollt wie gesagt was ganz ganz einfach ist dann bekommt ihr auch direkt als allererstes auf dem port 64 297 diese schöne teapot oberfläche und von der kann man so einiges erreichen nicht alles davon ist für dich relevant im endeffekt es kommt drauf an was du mit diesen daten im endeffekt möchtest was du erst mal möchtest ist ganz klar diese tolle map um zu sehen wo kommen denn jetzt die ganzen attacken her und die findet ihr ganz normal unter der attacker map die geht dann hier auf die ist erstmal normalerweise blank und leer und dann sieht man jetzt nach und nach bauen sich die ganzen echtzeit verbindungen also auf der karte sehen wir nichts was rückwirkend ist alles was live es baut sich die karte dann nach und nach auf und wenn sie dann so ein bisschen läuft wie bei mir hier sieht es dann irgendwann so aus und wenn die karte hier einfach mal ein paar stunden läuft dann sind ja schon überall sind irgendwelche punkte aber diese ganzen daten werden natürlich auch gesammelt und ihr wisst elastic search elastic stack riesen riesen big data plattform big data analytic plattform verbirgt sich alles hier hinter ihr seht ihr seht ihr links oben elastic und das schöne daran ist der t port ist halt eben komplett wirklich fertig ihr müsst nichts machen die karne nur installieren der karren parport freigaben geben denn der hat ja schließlich auf dienste erkläre ich euch aber gleich und dann läuft die kiste hier und dann müsst ihr euch auch nicht mehr um diese ganzen dashboards hier kümmern damit die alle irgendwie eingerichtet werden nein die sind alle vorgefertigt und ihr müsst nichts mehr machen außer klick klicken und euch hat und das schien schaden im endeffekt ansehen das hier ist im endeffekt das teapot elastic kibana dashboard wo wirklich so die hauptanfragen von overall von allen honeypots irgendwie zusammentreffen und da seht ihr auch schon die attacker map die ich hier habe die ist wirklich ziemlich groß und ihr seht die ganzen daten die hier drankommen die werden hier auch ganz normal im hintergrund im syslog und sonst was alles mögliche gesammelt wenn ihr an diesen daten natürlich interessiert seid dann könnt könnt ihr wirklich es gibt eine github seite habe ich euch schon gesehen irgendwo ganz ganz unten steht es drin ihr seht schon die dokumentation ist riesig könnt ihr euch hier haben wir t port data folder könnt ihr euch jegliche informationen die hier gesammelt werden auch gerne ganz normal ansehen und auch selbst verwerten und wenn ihr sagt ich hätte ganz gerne diese die liste hier von den ip adressen die hier unten ankommen hier zum beispiel irgendeine ip adresse 27.000 aufrufe bei mir jetzt hier in meinem falle dann dann könnt ihr euch diese listen nämlich auch gerne runterladen aber auch direkt hier drüber gibt es hier irgendwo wie heißt es ein export als xls datei oder sonst was oder geht halt eben über das grey log oder über das syslog da gibt es so viele möglichkeiten sich die daten dort rauszuziehen also das hier ist ganz normal erstmal das dashboard wo man wirklich sehen kann okay von wo lasst uns mal ein beispiel machen hier zum beispiel pfos distribution also von was für einer distribution kommt denn im endeffekt die anfrage hier bei mir an und ich würde mal sagen top talker ungefähr 3 40 also 70 prozent drei viertel fast gut geraten kommen von irgendwelchen linux system dann haben wir hier noch mal was sind das 23 prozent kommt von irgendwelchen windows system dann noch mal der nächst größere töpfchen 4 prozent sind irgendwie windows nt kernel ich vermute aber auch mal angreifer immer denkt dran angreifer sind auch nicht blöd angreifer können doch heutzutage einfach mal ein honeypot erkennen denn auch die lernen ja mit der zeit mit dass es ist immer so eine art symbiose es ist immer so eine art symbiose zwischen bot und honeypot zum beispiel beste geschichte das ist einfach man muss einfach mal über das thema so ein bisschen reden weil das ist ziemlich gut und ich man kann es auch für was kann es auch was ist halt eben eigentlich für gute zwecke ja gemacht und irgendwo hier drin steht auch was das zum beispiel das us government baut nämlich zum beispiel einfach mal ein paar honeypots auf um kinder pornografie im endeffekt so ein bisschen mehr aufzudecken zumindest die leute die das auf einmal in die suchen und da wird halt eben so eine art seiten für irgendwelche kinder pornografie oder sonst was wir denn wenn dann irgendwie aufgesetzt und die angreifer werden halt versucht und nicht der angreifer sondern die zugreifenden ip-adressen werden halt eben versucht dann zu ermitteln wer halt eben darauf zugreifen heißt noch lange nicht dass das böswillig ist oder sonstwas aber da kann man das einfach mal ansehen so ein honeypot ist halt eben auch etwas für zu was gebrauchen und für uns zum beispiel einfach nur um zum beispiel blocking lässt blocking list zu definieren oder auch einfach um mal zu sehen ja wo kommen denn meine angriffe so her wenn ich es einfach mal hier zum beispiel weil es ja alles ein honigtopf ist ist das nicht irgend ssh wo irgendwelche passwörter nachher nicht mehr nirgendwo mehr auftauchen ne hier guck mal da benutzernamen und text und passwörter hier links sind usernamen rechts sind passwords da kann man sehen was die ganzen bots was die ganzen bots die hier durch die weltgeschichte kurven und hier irgendwie auf meinem server irgendwo aufschlagen was die so für benutzernamen und passwörter eingeben hier kann auch sein hat hier noch 23 von meinen von meinen leuten auf der community drauf sind aber ansonsten guckt euch das an was hier für passwörter so ausprobiert werden in der welt und alles das wird natürlich richtig richtig schön mitgelockt gehen wir noch mal ein step zurück das ist ja wie gesagt die hauptoberfläche wenn ihr euch zum beispiel auffällt ich ob der corey ist glaube ich der größte und der meiste honeypot dann kann man sich natürlich für den corey direkt explizit auch direkt die ganzen attacken reinziehen was sind denn dafür attacks und so weiter was was kommt denn da hier haben wir zum beispiel tail net und ssh das sind die zwei die der corey halt eben macht haben wir gerade gesehen ist das größte kommen ja port relation von was für ports die kommen hier wieder dieses ganze passwort gedöhnen sind ich sage jetzt mal so rum ihr müsst jetzt mal ein bisschen tiefer nachdenken wofür kann das zum beispiel gut sein ihr habt jetzt der analyse gefahren hier drüber einfach mal nur genug gedanken ich drüber gegangen ich habe sehr viele ssh anfragen oder was auch immer ihr habt eine feste ip-adresse und ihr möchtet euch jetzt ein bisschen weiter schützen ihr schaut ja hoffentlich meine videos ich glaube 23 videos rückwirkend habe ich mit euch darüber erzählt wie man unter router us firewall regeln bauen kann um den aus attacken vielleicht besser abwehren zu können oder die zu einem black hole zu schicken oder irgendetwas es gibt ja verschiedene möglichkeiten was man tüfteln und bauen kann und mit diesen informationen hier die man hier sammelt kann man vielleicht seinen traffic den man abbekommt im endeffekt vielleicht so ein bisschen weiter analysieren und sich dann vielleicht obenrum bei der ersten firewall instanz vielleicht einfach noch ein bisschen weiter schützen also alles so ein bisschen forensische it hier um das jetzt einfach mal zu sagen um einfach zu sehen okay was für den traffic bekomme ich dann halt eben hier so ab falls ihr euch jetzt wundert warum hier manchmal die grafen bei mir hier so gerade sind ich hatte den server zeitweise ausgehabt und deswegen hatte keine weiteren daten gesammelt aber ihr seht server wird hochfahren und er sammelt dann ganz normal einfach weiter fleißig daten also wie gesagt ihr seht hier ganz normal für jeden einzelnen honeypot gibt es hier einfach ja einfach irgendwelche dashboards jetzt hier zum beispiel das ist hier ein honeypot einfach mal als beispiel endless ssh also irgendwie ein endloser ssh irgendein die ihr euch selbstverständlich auch alle einzeln ausrollen könnt also wenn ihr einfach mal daran denkt ich will mir einfach nur einen einzelnen honeypot ausrollen auch das könntet ihr einfach mal machen wo haben wir nie zwischen endless ssh ist ja einfach eine bibliothek auf github die ihr euch auch einzeln irgendwo ausrollen könntet der teapot ist ja schließlich nur eine multi honeypot plattform wo einfach viele honeypot die irgendjemand auf dieser welt kreiert hat einfach hier ausrollt und das heißt das könntet ihr auch hier so machen ich glaube der endless ssh ist glaube ich sogar ein tapen der verbindenden verbindungen annimmt und die verbindungen einfach festhält und die verbindung dann soweit analysiert was eben auch so eingegeben wird und so weiter das ist halt eben einer von den vielen honeypot die hier drin sind aber das ist mir nicht alles sondern es gibt noch ein paar sachen mehr im endeffekt ihr könnt nicht nur die attacker bräuch reinziehen ihr könnt euch nicht über kibana hier im endeffekt das ganze dashboard reinziehen sondern auch mal ihr bringt ja auch noch einen gewissen mehrwert das habe ich euch eben ja gesagt und da gibt es halt scheinbar irgendwie von der telekom da habt ihr gerade endlich mal logo gesehen also die werben gar nicht so groß damit das sogenannte auf deutsch sicherheitstache und da werden wirklich die daten wenn ihr natürlich an eurem honeypot hier den ihr selber gebaut werden diese daten standard gemäß dahin gesendet das heißt aber auch ihr unterstützt quasi die telekom die diesen honeypot oder diesen tippo zur verfügung stellt mit diesen informationen und die schließen einfach aus der großen masse die an daten gesendet werden vielleicht schon einfach angreife aus dem gesamten netzwerk aus vorteil ist dabei ganz klar wenn die erkennen mit der schlieren masse die da einfach ankommt von den informationen die nicht nur ihr sendet sondern auch viele 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 weitere da gibt es einfach ip-adress bereiche die wirklich wirklich böse sind dann können die vielleicht schon bei sich oben auf dem backbone und nicht erst bei euch an eure internetleitung irgendwo können die wirklich ganz ganz oben einfach diese adressen schon mal irgendwie weg blocken und sagen immer was von da kommt ist wirklich scheiße für diese welt und verursachen nur unnötigen traffic bei dir zu hause bei dir auf dem server bei dir auf dem handy keine ahnung wo es kann ja alles mögliche ziel sein und wir reden hier momentan ja hier nur über ipv6 über ipv4 entschuldigung eine kleine rede für ipv4 ich weiß nicht ob das ding auch auf ipv6 arbeitet keine ahnung habe ich noch nicht geguckt aber egal dann können die vielleicht schon weltweiten traffic auf backbounds einfach mal verhindern weil die wirklich sagen okay von der ip-adresse von dem von der und der as number vielleicht sogar kommt halt eben super 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 viel blödsinn also es hängt sogar im endeffekt ein großer zweck dahinter und ich würde mal sagen 42.000 attacken was auch immer sich dahinter verbirgt sei erstmal sei es mal dahingestellt und hier steht immer mit 50 millionen attacken in den letzten 24 stunden und da werden die ganzen daten gesammelt also ihr müsst euch auch immer vorstellen dieses ganze hier was wir hier zusammen sammeln hat sogar einen nutzen und ihr möchtet jetzt zu diesem nutzen beitragen kein problem erstens am einfachsten ist dass sich die kiste wie bei mir hier virtuelle maschine proxmox einfach auszurollen es gibt verschiedene wege eine sache ist halt wichtig wenn ihr diese komplette bibliothek ausrollen wollt so wie ich das hier getan habe einmal mit allem das ist quasi auch die weiter 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 installation braucht euer system schon ein bisschen bisschen performance und ihr seht hier ich gucke mal eben rein mein teapot summary verbraucht jetzt gerade mal eben schlichte 12,34 gigabyte recommended sind wohl irgendwie zwischen 8 und 16 gigabyte ich selber habe aber die erfahrung macht bei 8 gigabyte ist die kiste ganz schön unter knaster weil halt eben alles mögliche an honeypots dort installiert werden deswegen ja ich empfehle euch definitiv 16 weil wirklich unter 8 war es sehr sehr knapp ihr findet wirklich jegliche installations anleitung hier auf der github seite eine ebro die wirklich nur noch die port einfach mal googeln und da werdet ihr den schon finden aber trotzdem zur installation zeige ich euch natürlich einmal den allereinfachsten weg jetzt muss ich erstmal die installation hier finden hier installation und das einfachste ist wirklich einfach einfach die iso nehmen es gibt einfach einen iso unter den unter der release page es komme man stückchen runter gibt sie einfach den teapot amd 64 punkt iso das kannst du auch bei dir auf dem pc einfach machen einen linken vmware player oder in hyper v oder wie ich sie euch hier gezeigt habe ganz normal im virtual proxmox proxmox sag ich schon proxmox könnt ihr euch das einfach ausrollen und als iso installieren wie eine debien installation wie eine ubuntu installation vielleicht zeige ich euch das gleich noch mal eben und dann ist die sache aber auch gut aber wenn ihr zum beispiel auch sagt nö ich habe ein debien und ich habe ein fettes debien ich will das ganze irgendwie auf docker machen geht das natürlich auch oder hier zum beispiel ihr könnt einfach der post installation machen das heißt hier einfach ihr habt ein debien installiert und dann installiert ihr euch das quasi einfach hinterher git clone und dann gibt es hier einfach den installer mit der installer ausgeführt und dann installiert ihr euch dann einfach auf eurem eigenen ubuntu auf eurem eigenen debien auf eurem eigenen suse was auch immer und dann habt ihr das halt im endeffekt jetzt wollte ich gerade mal gucken ich hatte euch gerade gesagt das gibt es natürlich auch auf docker finde ich jetzt hier gerade erst mal nicht cloud deployment ensemble diplomat es gibt so viele wege das auszurollen ich weiß auch es gibt das irgendwo auf docker finde ich jetzt hier gerade nicht viel wichtiger für euch ihr vergebt irgendwo bei den installationen irgendwo man benutzen haben und passwort das ist manchmal so ein bisschen manchmal so ein bisschen korrupte manchmal muss man den tsekt namen eingeben manchmal muss man den us benutzernamen eingeben und halt eben immer das passwort was ihr gibt müsste aber euch ausprobieren musste ich auch zwei dreimal hingucken also denkt dran bei der installation fragt er euch nach einem benutzernamen das ist entweder dann euer gewählter benutzernamen oder manchmal wie auch immer ein bisschen kurios ist dann trotzdem dieser tsekt benutzer name drin auch da ich erkläre es euch kurz wenn ihr auf diese oberfläche hier kommen wollt port 64 297 aber sind wir mal ehrlich steht da alles in der super geilen dokumentation von diesem typo drin nehmt euch einfach die dokumentation da steht wirklich wirklich alles wenn das jetzt selber auf eurem box box machen wollte ich zeige es euch jetzt einfach mal eben create wm wir sagen ja einfach mal die port 2 er sagt einfach mal next und wer hier einfach genau wie ich gesagt habe teapot amd 64 iso aus mehr muss ich nicht machen weiter weiter festplatte ist mir erst mal egal auch da es werden daten gesammelt nimmt es nicht so wenig aber vergrößern könnte man immer noch kurs muss auch schon einige sein weil ihr habt ihr eben schon mal mehr gesehen cpu ist ein bisschen rattern und dann kommen wir hier natürlich zum ram und da sagen wir ganz garantiert einfach mal ich sage jetzt ja mal 20.000 ist egal ist zwar keine generische zahl aber ist jetzt erstmal egal und ich würde natürlich jetzt mal ein entsprechendes gesichertes netzwerk nehmen dazu vielleicht auch noch mal ein ganz ganz wichtiges würdchen wenn ihr diesen t-port aufsetzt der braucht natürlich von außen her gesehen vom internet her gesehen braucht der port freigaben sonst kann euch ja schließlich keiner angreifen das heißt wenn ihr jetzt ganz normal fritz box oder wie auch immer netzwerk bei euch zu hause habt ihr müsst natürlich auf die ip-adresse vom t-port müsst ihr port freigaben setzen sonst können ja anfragen die von draußen kommen niemals auf den t-port einprasseln das heißt ihr müsst port freigaben machen wenn ihr es jetzt zu hause einsetzen sollte ganz genau so also haben wir jetzt aufgesetzt t-port 2 ganz wichtig der muss natürlich in der boot order jetzt irgendwie auch von der cd booten und das war es wir gehen jetzt einfach auf die konsole und sagen hier ob falsche t-port t-port 2 noch mal reingucken aber haben wir hier wir hängen die cd einmal kurz nach vorne ein gcd nach vorne konsole und sagen einfach mal start dann gehen wir ganz normal in diese iso installationsroutine rein da seht das schon t-port da gehen wir einfach rein und jetzt geht ja wirklich geradenlos hin installiert einfach in den blanko debien wo diese ganzen pakete alles mögliche alles mögliche ganz normal drin ist ihr könnt ihr kennt die installation brauche ich euch jetzt nicht einfach großartig zeigen lang wollte euch nur es ist wirklich eine baba 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 installation manchmal kommt geben sie einen benutzernamen eingeben sie ein passwort ein das war's mehr müsst ihr nicht machen und dann seid ihr hier wirklich mit einer standard installation fertig so dass ihr hier auf die ganz normale teapot seite kommt kurzes resümee von meiner seite auch immer sehr interessant also honeypots sind natürlich zweierlei interessant für mich jetzt einerlei it forensik ich bekomme einfach ein paar adressen die im internet wirklich böse sind die vielleicht sowieso schon auf irgendwelchen blacklist stehen die ich vielleicht irgendwie web wegpumpen könnte durch irgendwelche ip filter blocklisten langweilig eigentlich oder trotzdem es ist einfach interessant zu sehen was für anfragen kommen in welcher menge die kommen ich kann selber irgendwelche listen generieren es gibt so viele tools im internet es gibt es gibt crowdsec es gibt hier die teapots es gibt andere spam house ip listen es gibt so viel die im internet die nicht vor irgendwelchen sachen schützen wollen oder irgendwelche daten sammeln wollen das hier ist auch nur eine tolle bibliothek von honeypots dies einfach uns ermöglicht einfache daten zu sammeln irgendwie die wie auch immer irgendwie nützlich gemacht werden können und das ist auch das große ziel was ich euch mitgeben möchte ist ja klar der vorteil ist ganz klar einfach mal selber sich damit zu beschäftigen um zu sehen es gibt dann doch viele böse leute im internet böse rechner im internet die vielleicht auch gekapert worden sind wer weiß wo die herkommen um zu sehen was für ein traffic kommt da an und ganz ehrlich wenn ihr richtig it interessiert seiten und so wie wir hier mit dem mikrotik router und sonst was rum zu rum zu poolen und irgendwelche firewalls einzustellen forti netz oder software oder sonst was können diese daten wirklich wirklich wertvoll sein um eure firewall regeln vielleicht noch filigraner zu machen um vielleicht angreifer direkt auf irgendwelche blacklisten zu stellen egal es gibt so viele tolle sachen die man mit anstellen kann und ansonsten ganz ehrlich nehmen es mal einfach wir haben es gesehen ihr helft der telekom vielleicht irgendwelche attacker oder böse sites böse ip-adressen böse as sites irgendwie zu identifizieren und vielleicht sogar direkt auf dem backbone zu blocken ich hoffe zumindest dass die telekom das tut und vielleicht auch diese daten wirklich nutzt ich glaube aber wenn ich da irgendwo das gelesen habe die telekom nutzt diese daten also ja es bringt sogar was nicht nur was für dich sondern für alle die irgendwie in diesem internet ich weiß gar nicht was dieses internet ist aber alle die dieses internet irgendwie nutzen sagt ich hoffe ihr wollt euch jetzt auch ein typ aus wir sehen uns im nächsten video macht's gut